Die Oboe ist dreiteilig, besteht aus Oberstück, Mittelstück und Becher. Die Oboe ist mit Klappenmechanik. Sie ist ungefähr 65 cm und dazu kommt noch ein Mundstück, das Rohr genannt wird. Im Grunde funktioniert die Oboe wie eine Blockflüte, nur mit Klappen. Je mehr die Tonlöcher geschlossen sind, desto tiefer wird der Ton. Es sieht alles ein bisschen kompliziert aus, aber keine Angst, ist das eigentlich gar nicht so, weil viele Klappen sind Triss- oder Hilfsklappen. Und die Luft wird durch ein Rohr zum Schwingen gebracht. Wenn man sich ihre Stimme hingibt, fühlt man sich ein wenig über der Welt. Sie hat eine ganz mysteriöse Gabe. Man kann einen Moment der Realität entfüllen und träumen. Musik 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 Musik